guckt euch mal dieses spiel an oder ist das nicht geil eingeseift ja und während die meine kandidaten noch sich die letzten sachen anziehen ich erkläre kurz mal hier waschmaschine alles in groß schaum echte schaum da kommen sie schon macht nix ihr könnt die schuhe schon mal aus sie also ihr müsst aber vorsicht sein das andere ding darf euch behindern ihr dürft die anderen auch behindern ja und ihr werdet außerdem von diesen schwingenden riesen pullis attackiert verlorene bälle achtung verlorene bälle dürfen von jedem team aufgenommen werden wer zuerst fünf bälle in der waschmaschine versenkt hat hat gewonnen okay seid ihr soweit dann geht jetzt schon mal hier rein das ist eh schon geil jetzt da reinkommen ja das passiert ja auch während dem spiel vielleicht zwei mädels die sind ein mann dabei das ist so und wenn er seife im auge hat dann heute wahrscheinlich gleich jetzt geht so geh mal dahin jetzt mit einer liebsten die laufen bissel so wie in der schweiz ja das ist so langsam aber sich dann würde ich sagen ihr wisst was ihr zu tun habt unglaublich ich glaube die befummelt mich gerade ja nach 19 jahren es geht noch ich gebe das kommando okay auf die plätze fertig los und hier kommt die killer polis und hier kommt die killer polis wir kommen jetzt nochmal und jetzt 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 heißt der erste kommt zusammen halb erste an zwei scheiße Komm, 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 ihr schafft das. Eins, zwei, drei. Und die erste Ball ist weg. Stefanie und Roland füllen 1 zu 0. Ich krieg sie nicht da rein. Komm, Céline und Fabienne, das schafft ihr. Ja, ich kenne den 1. Eins, zwei, drei. Stefanie und Roland haben schon den 2. Ball. Nee, das geht nicht. Was geht ab? Oh, scheiße. Céline und Fabienne sind immer noch beim 1. Ball. Leute, streckt euch an. Komm! Das geht nicht. Versuch noch mal. Geh mal ein Stück weiter weg. Ancelino und Fabienne, ihr könnt den Ball mit einer Hand packen. Ihr könnt ihn packen. Doch. Geht nicht. Ich hab gleich keine Kraft mehr. Ja! Wirf mal mit. Komm, 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 komm! Eins, zwei, drei. Was ist da los? Neuer Ball! Danke! Ach so, ist Eurer. Ja, weg! Lass uns jetzt einfach mal einen Ball schnacken! Ja, dürfen Sie! Wo ist Eurer denn? Die auf dem Boden liegen, sind frei. Das heißt, ihr müsst einen neuen Ball holen. Ne, nehme ich den ab. Das war unser. Nein, darfst du nicht. Nein, Roland, ihr müsst einen neuen Ball holen. Aber das war doch unser gewesen. Ja, aber ihr habt ihn verloren, dann haben die den genommen. So ist das Spiel. Scheiße! Scheiße! Komm, wir schaffen das. Jetzt aber, jetzt aber. Nein, nein, nein! Das kippt doch nicht! Okay. Oh nein! Ich habe keine Kraft mehr. Okay, komm, 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 ihr schafft das jetzt. Ihr habt schon einen Ball drin. Puh! Ich glaube, von weiter weg, genau so. Komm, Selina Fabienne! Jetzt! Nein! Das gibt es doch nicht. Es geht nicht. Ich schwitz mir einen ab. Und jetzt! Ich schwitz mir! Ich schwitz mir! Aber jetzt muss er es doch klappen! Ich schwitz mir mal. Ich schwitz mir mal. Die kriegst du so nicht. Ja, ich schwitz mir einmal. Ja, ich schwitz mir. 1, 2, 3, 2, 3. Oh Mann! Verdammte Scheiße! meine güte es geht nicht ich habe auch keine kraft mehr an ich weiß ich weiß okay kraft unglaublich ihr macht mich fertig hier bei der show ich bin fertig ich bin fertig hier das gibt es so knapp ja es ist natürlich eine sache der kraft irgendwann ich glaube bei roland ist es so er glaubt da sind fische drin und das gibt ihm ein gutes gefühl matchball matchball damit haben wir gewonnen und sind im viertelfinale bei locker auf den hocker